Kass auf, jetzt machen die Geisenberger zur Weltmeisterin. Nathalie Geisenberger gestartet, das Herzschlagfinale am Königssee. Die Startzeit 3,03, 3.03, Starting Time für Nathalie Geisenberger. Oben 62.000 Vorsprung auf Martina Kocher, 6200 faster than the young lady from Switzerland. Geisenberger Ausfahrt, lange gerade, so gut hat sie sie in den letzten drei Läufen nicht erwischt. 57.000, of course, tausendstel schneller als Martina Kocher, 121 Stundenkilometer. Sie ist gut unterwegs, Nathalie Geisenberger sauber, rein, jetzt ins Labyrinth, sie ist auf dem Weg Weltmeisterin zu werden. Die letzten Meter, noch nicht ganz, die Echowant, pack sie dir, Nathalie, hol dir den Titel, fahr nochmal schön. Der Vorsprung ist groß genug, letzte Kurve für die Weltmeisterin, für Nathalie Geisenberger.